Wunderschönen Herzlich Willkommen hier auf meinem Kanal. Heute ist Part Nr. 5 Adventkalender 2016 und nicht 2.000 Mieten. Bitte nicht verwechseln. So, ja, ein Adventkalender von Müller. Spiele waren Katastrophe. Ich stelle ihn euch mal vor in der Feinfolde. Man konnte jeden Tag immer was gewinnen. Hier zum Beispiel Van Autos, Helikopter, Lehmobil, ein Computer, eine Uhr, dann eine Barbie, ein Spiel, ja, und so weiter. Ich habe da leider nie geschafft, teilzunehmen, weil ich hatte tausend andere Termine während der Weihnachtszeit zu erledigen. Und ich fand den Adventkalender schon schön gestalten. So, wenn er ihn auch mal halten sollte. Und dafür habe ich hier so eine Halterung. Sieht mir toll aus, wie, ähm, dann muss ich euch auch nicht halten. Ja, ein großes Adventkalender Gewinnsspiel. Ähm, jeder konnte mitmachen. Ich konnte, äh, 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 ich hab da leider auch nie geschafft, mich einzutragen. Ich bin auch ehrlich. Und, ja, das ist Part Nr. 5, oder, ähm, von meinem Adventkalender, ähm, für euch. Noch eine wichtige Anmerkung. Ähm, Part Nr. 7 kann zur Zeit noch ein bisschen dauern, weil, glaub, das ist Nr. 7, ist wirklich, gesagt, das längste Video von allen 6, äh, von allen 7, sorry. Und damit, ähm, sage ich von meinem Kanal, auch wiedersehen. Jetzt geht es zum, zu, 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 ähm, zu meiner End, Endcard. Und sage damit auch wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.